Musik Wir befinden uns im Benzerholz, Raum für zeitgenössische Kunst in Mecken. Aktuell ist eine Ausstellung zu sehen mit zwei Künstlerinnen, mit Livia Knos aus Zug, die in Montreux lebt und arbeitet, und Maja Reda aus Basel. Die Ausstellung heisst Diagonale Blitze und Kreise und der Titel verweist auch bereits darauf, womit sich die Künstlerinnen beschäftigen. Und zwar ist es das Ausloten von Formen und Konturen und das immer wieder Wiederholen und Erforschen. Hier im ersten Stock sehen wir Arbeiten von Livia Knos, Die Künstlerin reiht Linie an Linie mit Wasserfarbe und Tusche auf Papier und zeigt so auch, was für eine visuelle Kraft eben diese Reihung haben kann. Musik Wir befinden uns jetzt im Dachstock des Benzerholz. Hierfür hat Maja Reda eine sinnliche Installation kreiert. Und zwar beschäftigt sich die Künstlerin sehr stark mit der Diagonalen. Sie hat für die Installation aus der Serie Trommelbilder Arbeiten entnommen. Und die Trommelbilder entstehen so, dass sie Quader mit Papier bespannt, diese vielschichtig bemalt und dann wieder vom Träger ablöst. Musik Hier im Erdgeschoss kommen beide Künstlerinnen zueinander. Und zwar arbeiten sie visuell zwar ganz anders, aber ihnen sind auch viele Gemeinsamkeiten. Sie zeigen ihre Werke ohne Rahmen und ohne Glas, also ungeschützt. Das heißt, ihnen ist auch die Direktheit zwischen BetrachterInnen und Werke sehr wichtig. Hier auf dem Tisch sehen wir ganz viele Modelle. Wir sehen Versuchsanordnungen, wir sehen Experimente mit unterschiedlichen Techniken. Und das soll ein bisschen aufzeigen, wie die KünstlerInnen vielleicht auch zu Hause arbeiten und auch aufzeigen, dass sie eben offen sind für diese Experimente, die auch immer wieder in ihre Werke mit einfließen. Musik 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 Musik